da kommt da kommt feile des portal halli hallo leute willkommen zurück zu einer neuen folge waro 4 mit dem peter und wir joinen direkt auf dem server 3 2 1 go weil milo und giga rewi sind auf dem server und wir hoffen dass sie eventuell in der hölle sind und dann könnte man versuchen den fight zu suchen das ist nur die frage wo ist der spawn der spawn bei auf jeden fall nach rechts sind finde ich wieder ok ich renne jetzt einfach mal weil zu laufen ja genau wir brauchen ja eh gleich essen ja wir könnten auch pilztuppen machen hier sind beide arten pilze aber die blockieren immer so das inventar vergessen wir das hier unten wenn du das sagst ja genau hier liegt über quarts rum ja genau hier war unsere erste genau hier durch das fenster alter was für eine wegfindung jetzt habe ich jetzt weiß ich nicht mehr warte mal schon so alter springt herr von oben runter richtiger retard hier waren wir an nicht hier waren wir nicht hier waren wir nicht scheiße hinter dir beide bekamen von da unten rechts aber ich bin mir nicht sicher es sieht falsch aus nein aber es war schon besser quarts ja aber dann lass uns mal liegen weißt du ungefähr welche richtung ja würde ich auf jeden fall liegen lassen können wir suchen und gucken jetzt einfach mal das großes vorkommen okay fix in die urwelt kommen 114 wir laufen in die falsche richtung da ist nicht das bauen wohin wir müssen zum tatsächlich zum quarts okay cool war dann gehe ich hier hoch aber ich komme näher her nicht ganz zum quarts warte richtung ist richtig warte mal weg vom quarts hier bin ich hinter dir ja da müssen wir dann wahrscheinlich da hoch das war nice wir wissen halt nicht wo die sind die beiden noch ich glaube die ausfahmen für nilo scheiße ja welche richtung ist der spawn warte mal zack 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 da warte lassen wir haben wir uns willst du vor oder was nee warte ich meine pickaxe geht besser ja dann geh du vor alter ach du scheiße ja es wär nice wenn du nicht den boden wegbauen würdest das ist halt spleef ich mach nehm die richtung ist aber gut ne man kann ja auch anständig spleefen ja genau einfach so schräg scheiße ja okay mach mal einen halben hatte noch grad ein paar mp mit ich weiß dass er dir aber ich gelohnt wo bist du aber ich bin jetzt links von dir ich wollte einmal in die wand hier rein aber ist halt schwierig wir können uns auch da hin bauen ach in die richtung ist besser genau ich glaube da unten ist das sogar glaube nämlich auch ich mach grad fast bridging körper nice da unten sind einige schweine die aggressiv auf mich sind und ich merke das schon sehr schön so da müsste dann das portal sein da unten jetzt oder das ist ja sogar an das ist komisch ja das ist an die frage siehst du irgendwo was namen ich sehe nix hast du die ep bis dahin geschleidert krass oder da ist das portal do willst du schauen durchs portal oder sollen wir noch eine runde fleisch äh schweine mitnehmen und gas scheiße warte könnte noch einmal eine runde ep mitnehmen so ist es nicht stimmt könnte man machen ich nehme die ep vom gas okay wenn wir schon mal dabei sind schweine männer schützt okay ich sehe keine namen kann natürlich sein ich provoziere mal da wo bist du gerade da hinten ich sehe dich äh ja ich bin hier wir fahren sattel ich glaube grivi lügt gibt das ein strike ja ich glaube schon irreführung ist das oh shit ja dann sollten wir vielleicht weiter sneaken peter ja warte ich komm ich bin hinter dir du solltest vielleicht sneaken naja stimmt das recht naja das ist halt jetzt doof ach man die wollen uns aber ne ja wir wollen die aber ne warum haben die die letzte folge nicht gesehen oh man ganz langsam boah wir haben aber schnell durchgerannt und irgendwo hingerast ja das ist jetzt die frage ob wir durchs portal gehen wollen und wenn die da beiden da sind hahaha again haha ich weiß auch nicht ehrlich sagen wie die equipped sind obwohl ich habe seine folge gesehen die waren schon hart äh die sind gut verzaubert die haben corona getötet der hatte zwei ultra starke sachen die sind super gut verzaubert ich glaube dass die schweinemänner zu uns laufen ist schon krass könnte auf jeden fall darauf hindeuten dass die noch keinen hinter dir hinter dir boah alter ich dachte es wäre einer von denen da alter ne ne dann werde ich glaube ich mir ausgerastet also wenn die durchs portal kommen als beispiel können wir habe ich außer sehen DC nein nein aber dann könnten wir die angreifen und bevor sich die welt aufgebaut hat sind die tot ja gut das stimmt aber dafür müssen wir da unten sein weil das war glaube ich weiß gar nicht bei wem das war bei waro drei oder zwei das war auf jeden fall eine aktion das wäre auch die einzige möglichkeit wie wir da gewinnen können okay ich schreibe ihm mal ganz kurz hallo sonst sechst und wer ich drücke immer auf er aus versehen wenn ich auf t drücken will ja willst du jetzt hier vor da unten ist noch schwarzpulver oder so alter ich habe so angst also wenn die jetzt hier durchkommen hätten wir eine chance da kommt ein schwein hinter dir alter es war eigentlich assi aber das ist halt so ne ja das wäre die einzige möglichkeit um irgendwie zu gewinnen aber ich will mich jetzt nicht eine folge davor kämpfen das ist doch ist das jetzt das neue portal das ist das neue oh warte oh nein oh oh sehr gut alter hat mir runter gefallen oh mein gott ja ich bin jetzt gerade unter dem portal okay komm einfach wieder hoch ich bleib hier oh wenn die zufällig durchs portal kommen wirst du das hören weil ich anfange laut rum zu schreien bist du dich am hochbauen ja genau okay ich bin mich am hochbauen naja mit der pickaxe ist kaputt warte ich nochmal um die hier okay so elf level schon wieder ein ganzes so schlecht wir sind die beiden weg ja ich bin level 15 ich bin elf also ich könnte wahrscheinlich eine eine ähm brauchst du dich gerade mit einer spitzhacke hoch? jo ja also okay ja ich glaub wir könnten aufhören zu sneaken oder? ja hier auf jeden fall komm weil das hätten sie auf jeden fall wenn du nicht bitte nicht an die workbench gehen achso ne ne wir sind geschädigt wie viel fleisch hast du noch? dann geb ich dir nochmal ein bisschen schweinefleis ab vier ja okay dann geb ich dir nochmal hier sechs stück ab dann hast du zehn nicht zwölf also wenn ihr durchs oh nein das sind meine rechtlichen oh warte wenn die durchs portal kommen renne ich direkt drauf ja ich wollte dir nochmal eins geben ja genau jetzt haben wir beide die erste aber wie geil die hier hochkommen voll gut ja es ist perfekt zum level farm komm komm schwein guck mal der nächste kommt oi 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 oh mein Gott ich bin doch ein bisschen nervös grad obwohl wir eigentlich nichts machen außer hier stehen ja ich bin auch nicht nervös weil wir hier stehen und die Schweine kommen hahaha nicht deswegen ne äh pass auf soll man produktiv sein und verzaubern ja das hab ich auch grad überlegt aber dann willst du das direkt hier vorne machen ja musst auf jeden fall einer mal zum portal gucken ja guck du zum portal ich verza- äh ich stell dem auf ok ja ich verteidige dich zu lange warte so zack zack dich erschrecken wenn du getroffen wirst ne kann ja mal sein dass so ein Schwein schneller ist als ich ja wenn es weniger wenn es weniger wenig ach doch oh mein Gott nein nein ich sag nur wenn es die beiden sind dann werde ich das schon vorher ach guck mal da sind sie wieder lol ja holy shit warte naja der ist grad ein bisschen blöd jetzt schieß aber auch nicht gut alter hahaha wenn jetzt da durchkommen sehen wir echt blöd aus ey wo willst du hin? lol der ist bei mir kurz despawned warte ich hab ne idee den treff ich den treff ich der ist despawned sonst hätt ich ihn getroffen ooooh ich hab da gerade mal ein Pfeil hochgejagt aber ich glaube nicht dass ich ihn getroffen hab so hast du denn was? aber die haben ja auch sterbegeräusche hast du das ding im blick? ich hab's im blick ok warte ich wollte das verzaubern solange habe ich das im blick äh quarz weg erstmal die scheiße droppen schweine geräusche uuuh 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 efficiency fick dich so weiter gehts ja sharpness ausgezeichnet zack also ohne spaß ich finde das schweinemann leveln lohnt sich mehr als das vom quarz weil beim quarz ist einfach mittlerweile so verteilt da muss man schon gut suchen ich mein quarz gibt mehr aber ja das stimmt auf eine art äh obwohl es kommt auf dein level an ne? ja klar also das ist natürlich auch ich hab ein lag ich hatte kurz ein lag aber geht wieder sharpness ja sharpness 2 buch ja gut ich weiß nicht ob das irgendwas bedeutet dass ich ein lag hab das war ganz komisch ich hab nach links geguckt und nicht dass die auf einmal da sind und uns backwracken ja aber wenn die durchs portal gewesen kommen wären dann wären sie ja schon da das stimmt das war zählt das als spawn trapping? ne was wir hier gerade machen? nein ne? spawn trapping wäre wenn wir da wo die quasi sich ausgelockt haben eine falle bauen oder da irgendwas machen also darf ich jetzt auch hier zwei blöcke so davor bauen? ne das darfst du nicht das darfst du nicht ok weil dann hätte ich die lava da direkt drauf stellen können wenn die kommen also muss ich auf dem boden machen ja genau ich würde eher lieber reinhauen also wenn die kommen lieber direkt hauen ja und mit lava begrüßen wäre ja schwachsinn das weiß ich nicht ob er am portal lava setzen darfst da bin ich jetzt nicht sicher so so warte pass auf jetzt kannst du gleich ich werfe ein paar bücher weg ok fischen zieh ok wir könnten uns ja auch eine kleine mauer hier bauen von den schweinemännern so so ich übernehme die nächste wache ok ich verzauber dann ähm ich mach erstmal stärke zusammen was? scheiße was los? stärke ist stärke 1 und stärke 1 hab ich mich verdrückt? was hast du denn jetzt genommen? hast du jetzt ein super geiles hey ich hab stärke 1 und stärke 1 und daraus wurde stärke 1 und schärfe 1 oh hä? dann ja komisch wie jetzt einfach so ein schwein hier durchs portal gelaufen ist ich hab gar nicht mehr so viel lapis also es reicht noch gerade aber ich bräuchte eventuell bald neue ich hab noch 48 ich glaub wenn wir ein max level haben wollen müssen wir auf jeden fall noch was holen schärfe ja dann nehm ich jetzt schärfe whatever ich mein sorry für diese assi taktik aber ich mein das ist ne taktik ne das ist keine assi taktik das ist schutz hä? da kommen Pfeile durchs portal gtf das ist sehr komisch vielleicht stehen die über anders und schießen vielleicht stehen die über anders und schießen auf uns ne die kamen aus dem portal raus ich glaub da haben echt welche durchgeballert geht das? echt geht das nicht? nein weiß ich nicht war ne Frage ich glaube schon du kannst doch mit dem minecart durchgehen also du sagst lava darf man nicht stellen ne ok ach guck mal durchkommen tun die aber auch nicht ne die stehen bestimmt auf die stehen bestimmt auf der anderen Seite also ich weiß nicht ob wen die gerade trollt weil Nilo hat sieben Schwerter gecraftet es könnte sein dass er nur so tut als will der Nilo ja aber genau damit wir keine Angst mehr haben aber hier kam grad auf jeden Fall ein Pfeil durch der brennt ja ich baue mir mal kurz die ne Mauer alter und nochmal hier ne noch zu keine Lust hier runter zu fallen pass auf wir haben eh nur noch knapp ne Minute ja dann halt das mal im Blick jo ich hör dann auf zu sneaken das ist ja jetzt schwachsinnig genau wir stehen auf jeden Fall auf der anderen Seite vom Portal sollen wir hier mal runter oder sowas ne ich baue mich hier noch irgendwo runter ne ich mein hier ist ne Treppe da können wir warten unter Portal dann können wir nächste Folge rein und durch so ja könnten wir machen weil wie gesagt obwohl wir können noch warten bis da steht 30 Sekunden noch ja willst du einfach nochmal die Schmiede aufbauen den Amboss dann kurz warte echt jetzt für die Minute ja ja dann kann ich das jetzt machen ok warte ich kann den ja dann stehen lassen Amboss ist jetzt nicht so schlimm sag einfach direkt wenn wer reinkommt 2 stärker ich hab nur keine Blöcke mehr zum zubauen aber ist egal 2 ich weiß nicht ob das was ähm Schutz 2 Schutz 2 dann hör ich mal meine Hose ich mach andersrum wärs genauso wenn wir jetzt durchgehen schlagen die uns kaputt bevor wir spawnen ja ok jetzt lass runter ja kannst abbauen ab wieder hast du Steine? ähm ja ich kann die jetzt so machen wenn du willst genau mach aber nicht ganz zu dass wir wenigstens die Richtung wussten wenn die jetzt durchkommen können wir nicht äh rausgehen weil wir in Kampf näher sind ja dann wir wir bleiben einfach genau hier oder? ja oder sollen wir noch weiter runter ne ne ist ok warte 3 Sekunden noch aha das mit dem Feuerfallen war echt super komisch ach also die waren hundertprozentig also irgendein Team auf der anderen Seite von dem Portal weil da kamen Pfeile durch das passiert jetzt nicht aber warum sollen die das machen ohne durchzulaufen ja weil die wahrscheinlich genau das dachten dass wir dahinter stehen und die dann kaputt klatschen meinste? ich kanns mir vorstellen ich guck mir mal die Folge an bei denen ja nahezu dieselbe wie bei uns aber trotzdem ich glaub sonst kommen da keine Pfeile durch ja das ist die einzige logische Erklärung und es gibt auch Sinn und zwar brennende Pfeile die hatten einen Brennbogen ja ok dann nächste Folge gehen wir mal raus ja dann bedanke ich mich für das zugucken Peter ist in der Beschreibung verlinkt schau doch mal rein und auch bei den anderen Teilnehmern Team Zickzack und wie sie alle heißen ja die uns gerade wollen habe ich das Gefühl ich bin mir nicht sicher vielleicht wollen die auch einfach nur generell kämpfen ja das kann sein oder es war einfach nur Zufall ne ok haut rein bis dann tschüss